Wie würdest du dich umbringen, wenn du dich umbringen würdest? Auf die österreichische Methode. Nachts in den Alpen voll trunken im Schnee einschlafen und im Schlaf verfrieren. Ich glaube, das ist ziemlich schmerzfrei. Ich habe aber auch Abgründe in mir. Ja klar. Kein Alkohol nach 20 Uhr. Okay. Ich bin unglücklich, weil ich mich immer nach deinen Stimmungen richten muss. Was ist das? Ecstasy. Ich glaube, dass du ernste psychische Probleme hast, Hans. Es tut mir leid wegen heute Morgen. Schon vergessen. Ja, das ist es gerade. Ich kann mich an dich überhaupt nicht erinnern. Es tut mir nicht leid. Schauen Sie, Clara, das ist der Bereich, den wir entfernen würden. Kann ich heute Abend eigentlich Alkohol servieren oder nimmt deine Patientin Medikamente? Komm einfach eine Flasche Wein. Sie müssen ja einen unglaublichen Durst haben. So what's the pitch? Ja. 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 Wenn du der Situation nicht gewachsen bist, können wir den Abend auch gerne abbrechen. Zeit für Cocktails. Ja. 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 Ja.